Hallo Drio, hier ist das Weitkampfsofa und wir spielen Human4Flat, yeah, ich bin der, das ist lecker, ich bin der Rote und der Lieder mit seiner Badelatsche, mit seinem Raumanzug, keine Ahnung was das sein soll, ähm, das ist das Nox, und man kann die gleiche, kann man bestimmt kaputt machen, ja, mach ich gerade schon, ich hab's kaputt gemacht, brauchst du gar nicht, der stoppt, dann bin ich, wenn ich die Kabel einfach ziehe, der den Hebel zieht hier, der den Hebel zieht, was passiert, halt das mal kurz, das versuche ich nochmal aus hier, ich versuche mal den, den Roten hier, also Human4Flat von einem, äh, äh, lustigen Team entwickelt, die einfach sich Gedanken gemacht haben, och du Kacke, wir brauchen die Kabel, die sind nicht lange genug, wir brauchen die Kabel, rausziehen, mitnehmen, weil wir die von da nach da reinstecken müssen ne, na, ich könnte mal einen Knoten reinmachen soll ich mir den Roten, äh, Blau, nein, meins, Finger weg ach, der Blau der Rote passt auch viel besser zu meinen Klamotten das Schöne ist dabei, dass diese Physikengine halt so träge und langsam ist und es dadurch lustige Effekte gibt wie zum Beispiel Ja, man steht sich eigentlich immer nur selbst im Weg hier, ja Ich könnte mal den Blauen in den Roten stecken Kann man einen Kurzschluss unten oder oben? Ah, unten, ich war mir nicht sicher, wo Äh, und man greift mit den Sticks Ja, irgendwo hin Aufhob Ja, los geht's Tobi, lauf Das ist geil, ne? So, jetzt nochmal die ganze Scheiße Aber da sind schon Kabel, die aber nicht reichen Für was? Was? Ach, hier liegt so ein Ding Und dann kann man das bewegen? Das hoffe ich Ja Ich dachte schon Ja, nicht draufsetzen Reisender Nein, nicht ins Rote In das Andere Lass los Was machst du denn da? Das soll der Elektriker nicht sehen So, jetzt steht's Ja, jetzt steht's Jetzt geht's viel besser rein So Ähm Kannst du nochmal drehen, bitte? In welche Richtung? So rum? Ähm Das ist schön, wenn wir beide drehen Aber in entgegengesetzte Richtung, oder? Hervorragend So, ich bin rot Nicht das Karne rausreißen Er ist immer das Karne gestolpert So, was macht er hier? Tür auf Ja Und da oben ist bestimmt irgendwas Da liegt bestimmt irgendwas, was ich runterwerfen kann, oder? Oh, das ist knapp Oh, wie geht das denn? Da komm ich ja gar nicht hoch Den Kasten nimmst du, ne? Ja, besser ist Ja Das erste Rätsel könnte auch die Lösung für das zweite Rätsel sein Ja, aber ich würde da eigentlich da oben rauf Aber wo gut denn ich? Naja, okay Ja, ist ja gut Ist ja gut Oh, geil Geil Juhu Und nu? Und nu? Ich frag nochmal Und nu? Wer ist? Das ist ich doch nicht Was macht denn mein Knopf überhaupt? Ach du Kacke Echt jetzt? Ach Ja, ich brauch mal nen Karton So, hier ist ein Karton Aber Ja, aber der fliegt doch hier nicht Der wird doch hier nicht richtig landen, glaube ich Das glaube ich auch nicht Das ist das Problem dabei Aber irgendwas ist ja immer, wie es so schön heißt Kommt, der war nicht schlecht Das sah scheiße aus War aber ganz gut Ich dachte mal nix zu Du bist Du hast es geschafft Darüber Zu fallen Das war so krass Es ist falsch Das war sehr geil Das war sehr geil Ich fand das sehr gut Was ich da hingekriegt habe Komm, mach's nicht schlechter als es war Nein, das sah aus wie Kunst Ja Kann ich das weg Oder ist das gut Ist das gut Oder kann ich das weg So rum Oh Gott Ja Toll Du, wenn du dich nur mit einer Hand an der Kiste festhältst Und mit der zweiten Mach du doch einfach Geh du doch mal rüber Mal zeig dir, was du da drauf hast Schlau schnacken kann jeder Tschüss Oh, das ist ein bisschen wie Rückenweh Wenn wir hier hochkommen Oh Gott Ganz genau Now you see the problem Sehr gut Fein gemacht Losgelassen Also die Kiste auf jeden Fall gerettet wird Ja Der quetscht mich noch So Es hilft aber immer noch nicht Drüben ist noch keiner von uns da durch Ne Dreh dich mal um Monkey Hier ist die Tür Lol Das ist so geil Also wir haben zwei Schaltkästen jetzt Einen rechts, einen links Und so ein mobiles Teil Und das mobile Ding Und das mobile Ding, genau Ähm Erstmal den da drüben, oder? Erstmal testen wir es Was ich jetzt machen würde Ich würde die Kiste gegen die Kiste tauschen Das Kabel ist nicht lang genug Die Kiste gegen die Kiste tauschen Ja nee, ist klar Äh, wir brauchen nur zwei Stromkästen, oder nicht? Wir stecken erstmal rein, was der überhaupt macht Ich will erstmal sehen, was das Ding kann hier Ist er vielleicht aufgeladen? Was machst du denn da? Ich versuche eins der Kabel zu kriegen So einfach macht das mir grad nicht Oh geil Flup Aha Guck mal eben hier Oh, jetzt ist ein gutes Licht angegangen Ja, jetzt ist ein gutes Licht angegangen Hier ist irgendwas geladen Ich glaube, die kleine Box ist jetzt geladen Okay Kann das nicht sein Ähm Oder auch nicht Man kann ja auch sein Man hätte nur so dran lassen können Nicht trotteln Ach Gott Das wäre aber zu einfach, glaube ich Das wird zumindest ja schlau sein Weil das hier hat so eine Ampere-Anzeige Wenn die voll ist, dann würde ich sagen Saft drauf Wobei der hat auch so eine Ampere-Anzeige da Ne, das ist eine Volt-Anzeige Das ist was anderes Whatever Klugscheiße Nicht Sieht manchmal so falsch aus Was der für Sache war Nicht da rein Ja Chunghao Das ist das richtige Lochtreffen Jetzt hast du beides abgemacht Weil es geht Rechts loslassen Genau Und links hochheben Das sieht aus wie ein Dödel Wenn du da reinsteckst In so eine Plastik-Muschier Mal weiter Sehr geil Mal in Ruhe einen abhängen hier Weißt du Höher geht nicht Sehr geil Oh, hier sind lange Kabel jetzt Weil man das Ding wahrscheinlich nicht bewegen kann Oder doch Nö Kannst du wieder aufmachen hier So Und wo ist das Ding? Hey, fass es doch an Das ist ein Generator Alter, stellt der sich dumm an Achso Aber reicht das denn? Reicht das denn vom Kabellengel hier? Stimmt Ja, blau hängt Läuft der Generator denn schon? Äh genau, der läuft schon, oder? Hab ich gerade angemacht Ich hab ihn nicht angemacht Also wenn dann Ja, ich hätte ja gerade irgendwie an rumgefummelt hier Das will ja nichts heißen Jetzt läuft er Hört man doch Ah ja Dann tu wir drauf Geil Okay Das sind jetzt so Puzzles, ne? So welche Puzzles haben wir vorher noch nie gehabt Äh Hier kommen wir nicht weiter mit Strom Aber hier ist die Das Tor ein bisschen offen hier unten Da muss man aber so die Gabelstelle unten runterlegen Und dann kannst du hoch machen Aha Ja Ja Aber wie lenke ich den um die Kurve? Ich fahre bisher nur gerade raus Mit dem Lenkrad vielleicht? Ja, der muss einer nämlich den hier Und der andere muss lenken Andersrum Soll ich nicht so viel Gas geben? Oh Gott Nein Ja Oh, das ist aber fummelig Wo bist du denn? Du tust immer so Wenn ich das mit Absicht machen würde Ich steh mal daneben Geht vielleicht auch Wo fährst du hin? Wo fährst du hin? Okay Stopp, stopp Jetzt zurück Hallo Darf ich erstmal wieder an Bord? Ja, klar Zurück Okay Stopp Jetzt versuche ich mal gerade zu machen Moment mal Äh Äh Nein 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 Oh Gott Der hat denn ja auch Oh nee So vielleicht Noch ein bisschen Ja 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 Du bist schief Das weißt du, ne? Wir müssen nochmal zurück Und wieder ranfahren Warte, warte, warte Ne, das Ding war zu hoch Jetzt geht's nochmal Jetzt geht's rein Nein Wir fahren in die Kurve Du musst die Reifen gerade stellen Genau Da vorne Lol Der fährt nicht weiter Was? Der fährt nicht weiter Der fährt nicht weiter Ah, ich weiß warum Wir stehen irgendwie an diesen Vielleicht reicht's ja schon Ne Oder? Ne Da gibt's eine kleine Kante Du musst einmal zurück Einmal ein Stückchen zurückfahren Dann müssen wir ein bisschen nach rechts Das hat mich vor einer Stunde schon gesagt Dass du zurücksetzen sollst Du hörst ja nicht auf So, so Ich kann nicht zurücksetzen Fast da oben an Du hast einen Griff Ja, ja, genau Oben an Fast da oben an Alter Reicht schon Reicht schon Reicht schon Reicht schon Die Räder gerade machen Alter Das ist doch nicht gerade Nein Das ist viel zu viel Nein, das ist zu viel Okay, lass uns jetzt gehen Da vorne Ja, geil Ja, geil Passiert da was? Ja, Tor geht auf Kann das gerade nicht sehen Tor geht auf Geil Juhu Wir brauchen wieder was Um uns hier drauf zu stellen Wie wär's mit einer Kiste? Wenn du eine Kiste siehst Dann ist das gut Ja, ich seh alle Die da hinten nämlich Was kann der? Kannst du die Kiste holen? Wo, was? Achso Das klinge hast du aus Kannst du da auch machen Ach nee Oh Okay Das ist eine einmalige Angelegenheit Ich hänge immer so rum Oh, wo ist die Kiste? Das ist ja geil Ja, super Ich lass schon mal los Mach mal Dann sag ich nur Tschüss Wow Haben wir gerade das gelöst hier Obwohl das hier ein wenig Hat von Kabel und so Jetzt ist das Tor da schon auf Wofür ist das hier alles noch? Ich vermute mal Wir haben was gemacht Was wir nicht machen konnten Weil wir zu zweit sind Quark Also hier ist Strom Hier ist ein Stromkasten Hier ist Kabel Für das Rolltor Vielleicht brauchen wir gleich Den Gabelstabler nochmal Jo, ich glaub auch Oder nee Das geht zur Seite hier eigentlich Dieses Tor hier Das rollt zur Seite Wir können mal gucken Was im nächsten Raum ist Dafür brauchen wir noch So eine Kabelbox brauchen wir So eine mobile Kabelbox brauchen wir jetzt Die müssen wir wahrscheinlich Hier zurücktragen irgendwie Hinter dir ist ein Schalter Vor dir ist ein Schalter Oh Gott Was macht der da? Der dreht das Ding Irgendwie so Das dreht sich jetzt Dafür brauchen wir die Tür So ist er gut Achso Ich muss auf dem Schalter bleiben Oder was? Ja Super Ich halte mal den Schalter fest Ja Alter Also Schieben wir gar nicht Ich weiß wo die Box ist Ich hab sie von oben gesehen Der Typ hat sie in der Hand Diese Statue die da steht Ah Oh Gott Hey da ist sie Ja was denn nun Hat die Statue die in die Hand Oder hier Weil hier brauchen wir auch einer Wahrscheinlich Die Frage ist Kann man da abkürzen Wenn man das da löst Weil dann würde ich ja sagen Ey wo siehst du das denn So weit kann ich nicht zurückgehen Ach da oben Das Ding meinst du Ist das so eine Box Ja Ich frage sich Und guck mal da ran Mit dem Gabelstapler gegen das Ding fahren Würde ich mal so stumpf sagen Also ganz Aber den kriegst du da nicht weg Nee 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 Kommt nicht durch Weil ja so ein Ding hier im Weg steht Wahrscheinlich basteln wir jetzt da dran Wieder in diesem Raum Das hier zu lösen Oder so In der Hoffnung Das Aber wir brauchen eine Box Wir brauchen eine Strombox Die ist ja hier Die ist ja hier Nur hier ist noch Hier fährt noch nichts Was macht das Ding denn Der macht noch gar nichts So Aber das ist ja auch Die Verbindung zu dem Raum Wo wir eben waren Jetzt fährt es runter Oh nein Klop Kommt der neue an Also Okay Kommt immer wieder neu an Aber wie kommen wir Die Stromkabel brauchen wir auch noch Nö Hihihihi Oh lalala So ein Stromkabel habe ich Das ist ja super Lass doch mal das Ding los Ich halte mich gar nicht fest Aber ich klemm wieder in der Grafik fest Mit meiner Hand Scheiße Lass los Bitte Äh Lässt den Ich kann den Der Arm klemmt fest Ein Arm klemmt fest Na Ja Er hängt es Magnetisch Für das Ding Ich komme da nicht runter Jetzt Und jetzt Was muss ich machen Du musst die Box retten Ja Aber wie So Und nu Wieso Wollte ich denn heute das Tor aufmachen Das ist doch gar nicht Das ist doch Quatsch Jetzt habe ich die Box zwar gerettet Aber Die kriegen wir nicht zurück Ja Du musst die Wie kriegen wir die zurück Äh Ach ne Ich weiß Das ist ganz böse Ganz böse Ihr seid ganz böse Leute Ah Du musst die unten ran kleben Ne Das klappt nicht Du musst die Box auf die Äh Die Box hängt jetzt hinter dir fest Die muss auf dem Rollding drauf sein Aber geiler Trick Coole Geschichte Nicht zu schwer glaube ich Oder Also von hier aus Sieht das sehr gut aus Das ist Das ist eine geile Idee gewesen Ja Sehr cool Aber wir brauchen das gar nicht anschließen Wir können doch einfach hier durchgehen Hier sind doch überall die Türen offen Ja wir müssen diese Tür öffnen Wetten Weil da Ja warum Ist irgendwas Ist unnütz Ich weiß doch Das machen wir einfach mal Mein Gott Das ist die Tür hinter dem anderen Raum Stell jetzt nicht so an Wer bist du Will das jetzt machen hier Pass das an Alles klar bei dir Geh da rein Oh Echt jetzt Ich hab's kaputt gemacht Ich will kein Limbo spielen Hau ab da Was machst du denn da Irgendwer ich dir hinstellen So jetzt Achtung Nein vorbei Ja So und jetzt nehmen wir die Box mit Was ist noch ein Kabel Ah der liegt hier schon Okay Okay Die 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 Kommen wir so ein bisschen Vor wie A-Team hier Wir sind weder A-Noch Team Hier gerade So was machst du da So Ich will hier den Strom, da wo der Strom fließt, machen. Er ist verwechsellos roten und blauen hier nicht. Das könnte böse enden, glaube ich. Ah, geil. Panzer fahren. So, aber weißt du was? Die großen Öfen machen wir in der nächsten Folge. Geil, wa? Wow. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.